Moin Leute und ganz herzlich willkommen zu einem für mich wirklich ganz ganz besonderen Video einer kleinen Reactionception hier, deswegen seht ihr mein Bild auch gerade unten links teilweise und zwar habe ich hier eine Reaction gemacht auf den Song von TJ Beast Boy bzw. von Tidal Level Up und ja die kam erst mal sehr gut bei euch an, vielen Dank dafür und dann habe ich am Freitagabend, als ich unterwegs war, auf einmal Nachrichten ohne Ende auf euer Instagram bekommen Yo, Tee hat deine Reaction im Stream geguckt und so weiter und so fort und da kam mir erst mal gar nicht drauf klar, also ich war das erste Mal in diesem Jahr so richtig was trinken tatsächlich und genau dann habe ich einfach solche Nachrichten, ich bin wirklich übelst nervös gewesen, sage ich euch ganz ehrlich und ich habe mir bis heute eigentlich das ganze Ding noch nicht angeguckt gehabt, weil ich keine Ahnung, ich war so nervös ich weiß auch nicht, ich habe es mir einfach noch nicht reingezogen bis jetzt, wollte das noch tun und dann jetzt ungefähr vor eineinhalb Stunden oder so hat Tidal das Video hochgeladen hier eure Reaktion zu TJ Beast Boy Level Up und ja dann habe ich auch gerade wieder ohne Ende Nachrichten bekommen dass meine Reaction tatsächlich hier bei Tidal hochgeladen worden ist und ja für mich mega krass also heftig auf jeden Fall irgendwie feiere ich mega, vor allem wenn man wirklich jemanden wie Tidal den man schon echt lange, lange, lange verfolgt, so ich war jetzt nie der größte Zuschauer bei seinem Gaming Kanal oder so aber ich habe seine Musik halt immer verfolgt, auch schon mit Dead Adam und so und das ist dann natürlich krass, wenn so jemand dann auf deine Reaction reactet und ich reakte jetzt auf seine Reaction Reaction ich bin einfach mega gespannt, wir schauen jetzt mal rein, lang genug gelabert Leute ich bin echt ein bisschen aufregt, muss ich sagen ich habe ganz kurz einmal durchgeskippt, um zu sehen, wo ich bin und ich bin quasi direkt am Anfang des Videos und es ist auch schon ein bisschen zurechtgecuttet von seinem Cutter auf jeden Fall glaube ich ich glaube er hat ja einen Cutter für die Videos auf jeden Fall, deswegen gucken wir uns jetzt das an und nicht die originale Reaction weil das würde auch ein bisschen glaube ich zu lange gehen das war irgendwie von Minute 18 bis 40 oder so, haben wir ein paar geschrieben wenn ich dann noch drauf labere, dann wären das irgendwie 40, 50 Minuten deswegen schauen wir uns jetzt das Video an, was hier hochgeladen wurde was schon ein bisschen zurechtgecuttet ist ich bin mal gespannt, ja, keine Ahnung ich weiß ja noch gar nicht, ob er es überhaupt gut findet vielleicht beleidigt er mich ja jetzt auch als den übelsten Lappen oder so schauen wir einfach mal, let's go Freunde Stabiler Beatbox auf jeden Fall mit der Info, dass das Beast Boy Shirt, die Beast Boy Cap und der Beast Boy Hoodie aktuell noch vorbestellbar sind Cap und nee, warte das ist mal mit der Info, dass das Beast Boy Shirt, die Beast Boy Cap und der Beast Boy Hoodie die Cap finde ich geil, der Rest ist nicht so mein Geschmack aber die Cap finde ich irgendwie nice die feiere ich aktuell noch vorbestellbar sind wie ist Donnerstag also vielleicht melde ich mich doch nicht das letzte Mal vielleicht Donnerstag nochmal bei dem Video auf jeden Fall wollte ich es nur kurz vor noch einmal anmerken Links sind in der Beschreibung und so weiter und so fort es sind schon sehr viele Sachen bestellt worden ich bin sehr dankbar für den Support, das hilft uns ungemein ja, aber jetzt viel Spaß mit dem Video supporte den Boy mal ein bisschen, das ist absoluter Ehrenmann der Typ ey, wirklich da lass da mal ein bisschen Supporter, eventuell bestelle ich mir die Cap selber weil die Cap feiere ich wirklich Gehe jetzt auf YouTube und gib ein TJ Beast Boy Reaction Reactions auf meinen neuen Track Hä, es gibt voll viele Reactions schon darauf what the f- Ach Gott, der Chat ist ja auch noch im Video teilweise dann drin, ne? Also, Junge ey Fuck, schauen wir mal, was der Break Oh mein Gott Alter Das ist so unreal irgendwie Frisur ist auf jeden Fall auch wieder on fleek bei mir wie immer Oh damn, Alter Ich bin wirklich, also ich schwör's euch Mittlerweile bin ich ja dran gewöhnt, dass Leute meine Videos gucken und meine Stimme zu hören und mich selber zu sehen auch teilweise, wenn irgendwie mal Verwandte oder so nachfragen, was ich da mache und ich das zeige Ich hab mir schon so halbwegs dran gewöhnt aber das ist jetzt schon nochmal eine echt krasse Situation für mich irgendwie muss ich ehrlich zugeben Ich hab keinen Nerv dir zu erklären, warum ich besser bin als du Ich bin schlichtweg, der bessere Mensch und der bessere Rapper noch dazu Okay rein, hypothetisch könnte man meinen Oh, jetzt hab ich ihm am Flow unterbrochen Oh dear Ich bin schlichtweg, der bessere Mensch und der bessere Rapper noch dazu Okay rein, hypothetisch könnte man meinen Das war süß, wie er so beim Nachmachen ein bisschen über seine Lippen gestolpert ist Der bessere Mensch, der bessere Rapper noch dazu Fuck Scheiß Oh no Das erste Mal Hops genommen direkt Direkt das erste Mal Hops genommen worden Oh mein Gott Nice Aber das ist schön editiert auf jeden Fall Ja, läuft bei mir Beim Nachmachen ein bisschen über seine Lippen gestolpert ist Der bessere Rapper noch dazu Süß Nice Cringe ist da Oh mein Gott Oh nein Wie gesagt, seine Flow-Switches und so sind einfach geil, finde ich Dankeschön Manchmal ist es ein bisschen overloaded so Aber hier geht's jetzt eigentlich Das verstehe ich auch, dass Leute sagen, es ist overloaded Aber ich bin einfach ein Freak, was diese Sache angeht Er ist so sympathisch, ne wirklich Er ist so sympathisch, ist einfach 0,000 angefressen oder so Er sagt einfach, ja verstehe ich total und so Der ist wirklich, der ist so ein lieber Mensch, man Unnormal Unnormal Oh, mir fällt gerade, oh hoffentlich sagt er nichts Ich habe ja was gesagt wegen dem Hund fällt mir gerade ein Mit dem Nase lecken, oh mein Gott Hoffentlich nimmt er mich da nicht auseinander Aber ich bin einfach ein Freak, was diese Sache angeht Ich kann es nicht lassen, nicht einfach die ganze Zeit rum zu flexen Ich habe das halt auch voll häufig, dass so Keine Ahnung, ich höre mir so ein Part von irgendeinem anderen Rapper an Und ich denke dann so, ey, das ist eigentlich auch cool, wenn man einfach mal Den Flow durchzieht, den ganzen Song Aber ich kann das so schlecht Ich schreibe zwei Bars und dann fühle ich einfach, jetzt muss der Flow switchen Jetzt muss was anderes kommen Und das Ding ist bei mir halt auch, ich rappe ja Parts immer am Stück Also hier im zweiten Verse ist ein Cut, aber es ist so ein stilistischer Cut Weil sich da zwei Worte überschneiden Aber normalerweise rappe ich halt alle meine Parts immer an einem Stück Und es macht halt einfach mehr Bock, wenn der Part so dynamisch ist Und das alles so hin und her switcht Und dann baust du dich langsam auf, es wird immer schneller Und dann kommt diese eine schnelle Stelle Und dann geht es wieder in den etwas so groovigeren Teil Es macht einfach Bock Er fühlt es halt komplett, ne Also er fühlt seine Musik übelst heftig so Das feiere ich bei ihm auch mega Das merkt man ihm auch komplett an Der fühlt seine Musik wirklich zu 100% Und ich feiere seine Flow switches ja auch Switches, ja moin Seine Flow switches sind mega nice Die Variation ist extrem geil Es ist halt mir manchmal persönlich ein bisschen zu viel Er feiert es halt extrem, soll er machen Es kommt trotzdem geile Mucke dabei raus Es ist halt bei manchen Songs meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Aber oftmals ist es halt einfach nur ultra geil Also ich feiere seine Musik ja mega Dad Adam habe ich früher auch teilweise gehört Aber seitdem er halt als TJ Beast Boy mehr unterwegs ist Feiere ich es wirklich richtig krass so Eine schnelle Stelle und dann geht es wieder in den etwas so groovigeren Teil Es macht einfach Bock so über Beats zu tanzen Das ist einfach mein Shit Aber ich verstehe komplett, wenn Leute sagen Das ist zu viel, das ist zu hektisch Es ist nicht so eingängig oder so Ich glaube halt auch, dass Hyper Real Rave Lord Also die EP vorher Dass die so gut funktioniert hat Weil es das erste Mal so super locker war Die nächsten Sachen, die halt jetzt kommen Werden wieder so asoziales Geflexe sein die ganze Zeit Das wird viel weniger eingängig sein Und wahrscheinlich auch nicht so krass funktionieren Wie jetzt die letzte EP Aber am Ende des Tages ist auch scheißegal Ich kann halt nur das machen, was ich gerade am meisten fühle Ja, das ist bei ihm so Wenn er es fühlt, dann fühlt er es Und wenn nicht, dann lässt er es Feiere ich aber Mega coole Einstellung so Ich feiere ihn komplett, wirklich Ist auch scheißegal Ich kann halt nur das machen, was ich gerade am meisten fühle Ich wünsche dich direkt der bessere Mensch und der bessere Rapper Noch dazu Okay rein Hypothetisch könnte man meinen Meine Lines seien leicht überheblich Aber nein, das sind Scientific Stakements Ich nehme einen Schluck aus meiner Weinfla- Oh, er will immer komplett mitrappen Und ich unterbreche ihn dann Ja gut, aber ich muss ja auch irgendwann mal in einer Reaction was sagen Ich bin ja sonst schon öfter mal Manchmal habe ich einfach das Gefühl, ich rede viel zu wenig Manche regen sich aber in den Kommentaren voll oft darüber auf Dass ich viel zu oft Stop drücke und viel zu oft zurückspule und so Aber keine Ahnung Wenn ihr den Song hören wollt, dann könnt ihr auch einfach den Song hören Ich meine, eine Reaction lebt ja davon, dass man auch was dazu sagt Dass man darauf reactet Dass man darauf reagiert Dass man ein bisschen kommentiert auch Deswegen, also Solche Kommentare kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen Ich nehme einen Schluck aus meiner Weinflasche Nein, das sind Scientific Statements Auch geil Danke Ja, auch lyrisch ist er wirklich gut, muss man sagen So habe ich früher nie darauf geachtet Sondern quasi nur auf den Vibe Boah, ich kann mich selbst irgendwie jetzt so vergrößert in dem Video von Tattel Das ist voll cringe für mich Keine Ahnung Oh damn, Alter So habe ich früher nie darauf geachtet Sondern quasi nur auf den Vibe und den Sound Danke Bin auch stolz auf die Reimkette So rein Das ist so süß, wie er das Wie er so diese Komplimente einfach fühlt So total niedlich Hypothetisch könnte man meinen Meine Lines seien Leicht überheblich Aber nein Das sind Scientific Statements Ich nehme einen Schluck aus meiner Weinflasche Drop einen Spruch Und du musst sofort Weinflasche Bad Bar des Jahrtausends Ich bin gespannt, was er jetzt sagt Ich nehme einen Schluck aus der Weinflasche Drück dir einen Spruch Und du musst sofort Weinflasche Ah, ist auch nice Nicer Spit auf jeden Fall Oh, ist auch nice Oh, ist auch nice Richtiger Bauer manchmal, ey Ich sollte immer auf mich selber reacten Hat der gerade süß gesagt? Weinflasche Oh mein Gott Nicer Spit auf jeden Fall Oh mein Gott Dicker Ich pull ab mit den Silly Raps Und dem Swiggy Swag Und hab Dizzy Dizzy Piggyback Tausend Idioten diskutieren Auf meinem Instagram Tut mir leid Doch ich gebe keinen Fick Drauf, was ihr mir sitzt, denk Junge, wie hart fühlt er seine Musik Denn im Livestream Auf meiner Reaction Auf seinen Song Geht er komplett ab Feier ich Feier ich komplett, ey Richtig nice Diskutieren auf meinem Instagram Tut mir leid Doch ich gebe keinen Fick Drauf, was ihr mir sitzt, denk Ich kann nur tun, was ich für richtig kalt Wenn du mich stressen willst, dann Fick dich halt Erst haben sie uns abgeschrieben Und danach dann bei uns abgeschrieben Dein größter Erfolg ist Deine Ma hat dich nicht abgetrieben Oh mein Gott, jetzt kommt wieder Über-über-Kommentar von mir Aber die Land fand ich wirklich nice Also die ist richtig schön böse irgendwie Die kommt so richtig locker böse rüber irgendwie Dein größter Erfolg ist, deine Ma hat dich nicht abgetrieben Das ist eigentlich auch eine ganz witzige Zeile Dein größter Erfolg ist, deine Ma hat dich nicht abgetrieben Richtig schön disrespektvoll, Alter Die ist wirklich krass disrespektvoll Und als ich die geschrieben hab damals Das ist schon ein bisschen länger her, ihr wisst Ich hab so viele Songs rumliegen Diese Zeile existiert schon Ewigkeiten Als ich die damals geschrieben hab, hab ich so in die Gruppe gefragt Yo Leute, findet ihr das irgendwie zu krass Oder kann Beast Boy das sagen? Weil ich so dachte, Abtreibung ist schon so ein Kann Beast Boy das sagen? Nicht so kann ich das sagen Nein, kann Beast Boy das sagen? Ein sehr ernstes Thema Und irgendwie daraus so eine Line zu machen Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das vielleicht zu hart finde Aber alle Ach, doch nicht im Rap-Jagore Das ist doch nicht zu hart für Rap Never ever Die meinten dann so Nee, das ist schon cool So disrespektvoll, Rap-mäßig Kommt schon nice Und dann hab ich's gerappt Und ich glaub in so einem Beast Boy Und dann hab ich's gerappt Text ist eh alles immer mit so einem Augenzwinkern Ich finde, also ich persönlich finde nicht Dass Beast Boy auf irgendeine Art wirklich bösartig oder so wirkt Kein bisschen Mega Entertainment einfach so Boah, das ist echt Echt ganz komisch für mich Dieses Video hier zu gucken gerade, Leute Das ist echt ein komisches Gefühl Ich wünschte, ich hätte schon die neue Cam gehabt Oder generell jetzt schon die neue Cam Es wird nämlich eine wunderschöne Wunderschöne Spiegelreflex-Kamera kommen Ja, 4K sogar Dann könnt ihr meine Hackfresse demnächst in Full HD 4K sogar sehen, Alter Absolut Ehre, ja Dann könnt ihr meine Hackfresse richtig schön Auch mal vom Name gut achten Dann kann ich auch viel mehr mit Cuts arbeiten und so Ich mach dieses mit dem Ranzoomen nämlich eigentlich nicht so Wie das jetzt hier gemacht ist Weil ich find, dass die Kameraqualität dann zu scheiße ist Ich find die Kameraqualität dann einfach zu wack Es ist halt gerade so eine Logitech 1080p Webcam Ja, die ist in Ordnung so Und wegen dem Licht ist die halt auch besser Ohne Licht wollt ihr gar nicht sehen so Aber wenn die Spiegelreflex dann jetzt bald da ist Dann geht's richtig ab Und dann kommen auch mehr Real-Life-Sachen Hohoho Oh, die Teil ist deep Wie ich so nach oben gucke Oh, die ist deep Oh, ja Süß Breaker Boy dann Süß Oh mein Gott Taddle findet mich süß Life-Goal Life-Goal achieved Deep Süß Breaker Boy, danke Ich mach, was ich liebe Und dass ich mich nur noch halb so oft packen lasse von meinen Demons Ist auch meine persönliche Lieblingszeile auf dem Track Mit der, die jetzt danach kommt Weil es einfach Real-Talk ist Ich hab mich da hingesetzt und mich gefragt Was ist mein größter Erfolg? Und das find ich cool damit zu flexen so Und mein größter Erfolg ist, dass ich Patte mach mit was ich liebe Und mich nur noch halb so häufig packen lasse von meinen Demons Die Zeile ist wirklich unheimal geil Also das ist eine richtig schöne, diepe Zeile Ich glaub, die bedeutet ihm persönlich auch extrem viel so Das ist wirklich eine Hammerzeile Und mich nur noch halb so häufig packen lasse von meinen Demons Boy, ich bin ein fucking Unikat Und das ist nicht die Kunstfigur, die das sagen, motherfucker Alter, was ein geiler Flow, man Richtig nice Danke schön Das Video passt eigentlich auch ganz cool dazu Ist halt viel mit Schnitten gearbeitet und so Keine krassen Locations oder heftige Kameras jetzt benutzt oder so Passt aber trotzdem irgendwie dazu Passt einfach zu dem Style und der Art von Mucke, die er rüberbringt Vom Vibe auch her und so Dazu ganz kurz Das ist genau die Art von Video, wie ich sie machen will Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Notlösungsvideo im Sinne von Also irgendwie schon Notlösung, weil es so schnell gehen musste Weil ich so schnell ein Video machen wollte Aber nicht Notlösung im Sinne von Oh Corona, wir können jetzt nichts krasseres machen Der Vibe ist genau, was ich will Äh, tausendmal cooler Das Musikvideo ist quasi genauso entstanden Nur halt an noch mehr verschiedenen Locations Ich überleg mir halt Ich bin in der Bahn und fühl mich tausendmal cooler Der nicht bin es, der nicht bin es Locations, überleg mir, was für Aufnahmen ich ungefähr haben will Geh dann dahin, drehe mit verschiedenen Leuten Und dann raste ich aus im Schnitt und hol da Dann raste ich aus im Schnitt Dann sitzt du da wie Unreal Tournament Kid und kloppt auf der Tastatur rum wahrscheinlich Geh dann, drehe mit verschiedenen Leuten Und dann raste ich aus im Schnitt und hol da halt übelst viel raus mit so Übergängen Und was weiß ich Jetzt hier hab ich voll viel mit so Feuer und so Sachen gespielt Für mich ist das genau der Vibe, den ich haben will Und das sage ich als jemand, der damals schon mal 60.000 Euro für Musikvideos ausgegeben hat Oh, ja, das ist einiges Wahrscheinlich bei Dead Adam Zeiten noch, ne Zum Beispiel in dem Raumschiff da oder was die gedreht hatten Das war ein krasses Video, das war richtig heftig Obwohl das könnte wahrscheinlich sogar noch teurer gewesen sein Also ich weiß, dass einige Rap-Videos auch wirklich über, also sechsstellige Summen Teilweise auch, ja, mittlere bis hohe fast kosten Gerade diese von Chao Casado oder so Wenn die wirklich krank dann im Ausland gedreht werden Mit unnormalsten Locations und Animationen Also 60.000 ist aber auch schon eine echt stabile Summe für Musikvideo Damals schon mal 60.000 Euro für Musikvideos ausgegeben hat So wie wir mit Dead Adam extra Raumschiff bauen lassen und so Ja man, das mit dem Raumschiff, das war heftig, einfach viel zu heftig Aber das ist, das war cool, coole Erfahrung, aber das ist nicht mein Vibe Das ist einfach nicht, was ich machen will So große, super professionelle Produktionen oder so Ich will einfach meine scheiß Kunst machen, so und ich will die machen Ich will mit coolen Leuten zusammen coole Aufnahmen machen und dann einfach Spaß haben beim Schneiden, so Deswegen mache ich das ja Damn, ich fühle den Boy Komplett nice, seine Einstellung Feiere ich wirklich Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich ihn mir die ganze Zeit in den Arsch kriechen will Sondern ich feiere ihn wirklich Von der Persönlichkeit, von seiner Mucke feiere ich Und auch seine Einstellung generell zum Leben so ein bisschen Klar, ich kenne jetzt nicht alle seine Einstellungen zum Leben Vielleicht haben wir auch teilweise unterschiedliche Meinungen da Aber was er hier so von sich gibt, wie er sich so gibt generell Echt ein sympathischer Typ Man kann einfach nichts gegen ihn sagen So finde ich Groß Du rappst wie ein Onkel, der cool vor kleinen Kindern sein will What? Okay, auch feierbar eigentlich Und deine schrille Stimme klingt wie eine Trillerbeifel Ich kauf dir deinen Filmschab wie einem Filmverleih Okay, er weiß, dass der schlecht ist eigentlich Aber er grinst auch schon dabei in die Kamera, deswegen feier ich Ja, was heißt schlecht? Ja komm, die ist schlecht, die ist schlecht, Alter Die ist wirklich richtig scheiße Ich kauf dir deinen Film nicht ab wie einem Filmverleih What? Eigentlich Aber er grinst auch schon dabei in die Kamera, deswegen feier ich Ja, was heißt schlecht? Es ist halt eine Bad Bar, aber ich feier das Das sind so diese Art von Wortspielen Eine Bad Bar, ja gut, so kann man es auch nennen Sympathisch Bad Bar, aber ich feier das Das sind so diese Art von Wortspielen, die ich einfach feier Ja, die bringt Beast Bar aber auch immer schon Auf dem Track sind es jetzt ein bisschen vieles Ein bisschen hochfrequentiert, wie ich diese Bad Bar Sachen droppe Aber ich lieb so Sachen, das sind genau diese Wortspiele, die ich auch on Stream mache oder so Oh, ich kauf dir deinen Film nicht ab wie einem Filmverleih Ich feier sowas, für mich ist das dope Vor allem, wenn das mit dieser Beast Bar Attitude performt ist Also es ist so dumm, als würde ich mich jetzt rechtfertigen oder so Es ist offensichtlich, dass ich das cool finde, sonst würde ich es halt nicht so machen Ja, klar, ich weiß ja, dass da Humor drunter steckt Und ich leide es halt trotzdem schlecht Aber ich feier es ja trotzdem, gerade weil ich ja auch gesagt habe Er bringt es mega lustig rüber, so er lächelt dabei so ein bisschen Dann im Video Rappt das einfach mit diesem Humor, so das feier ich Cool finde, sonst würde ich es halt nicht so machen Ich kann manche Tracks von Moneyboy auch unnormal abfeiern Weil sie so fucking wack und extra dumm sind So, das ist halt teilweise einfach lustig Ich feier so einen Humor, ne Moneyboy ist ja eigentlich quasi eine Bad Bar, so ein ganzer Track Ich gebe keinen Fick drauf, was du redest Wenn du so ein fucking Lutscher bist, dann sprich mit meinem Penis Ja, die Line, die Line war auch richtig krass Richtig Oh mein Gott, hat er das gerade wirklich gesagt? Hat er das gerade wirklich gesagt? Ja Ja, natürlich Tadl musste nochmal irgendwas an Variationen reinbringen Das war ihm zu eintönig Seine 800.000 Flow-Switches und Variationen Und seine Adlips, das war ihm alles zu eintönig Jetzt kommt nochmal was für Variationen Breaker Boy hat es verstanden Breaker Boy hat mich entschlüsselt Wow Ich hab Tadl entschlüsselt, Leute Ja, Lifegold Nummer 2 Ich habe Tadl entschlüsselt Oh, wie süß er das auch findet So, wie er lacht Wie er sich ertappt fühlt Und seine Adlips, das war ihm alles zu eintönig Jetzt kommt nochmal was für Variationen Breaker Boy hat es verstanden Breaker Boy hat mich entschlüsselt Wow Schönes Video auch hier, also schöne Location und so Cool gemacht Mit der Color Correction Feier ich Danke Also in meinem Storyboard war es so aufgeschrieben Dass ich halt auf so ein Feld fahren will Der Bildausschnitt sollte genauso aussehen Wie das geschnitten ist Sollte alles so sein Ich hatte nur eigentlich geplant Den Himmel rauszukiehen Wir haben es auch extra so gedreht Dass der Himmel eben eine glatte, weiße Fläche ist Und dann da so Fraktale Ah, nice Ah, das ist geil, Alter Interessante Infos, die er noch so mal droppt Wenn er Reactions anguckt Er haut noch viele Hintergrundinformationen Mal raus Auch zum Videodreh, zur Aufnahme und zur Story dahinter Finde ich eigentlich echt interessant Zu keen Ich fand auch wirklich immer diese Reactionceptions Alter, Reactionceptions Die er mit Jay Jiggy gemacht hat Sehr interessant So, wie die quasi nur darüber kommuniziert hatten So, das war auch mega lustig So, extra so gedreht Dass der Himmel eben eine glatte, weiße Fläche ist Und dann da so Fraktal-Animationen einzufügen Oder sowas Aber dann habe ich einfach nur den Rasen So, so rosa gefärbt So lila-like Und auf einmal sah das so cool aus Als wäre ich auf so einem anderen Planeten Oder sowas Als würde ich so auf Namek performen Und dann habe ich mich so schwer damit getan Ob ich da wirklich noch was reinbearbeiten soll Und dann bin ich auf die Idee gekommen Mich selber einfach so zu verdoppeln Und sowas Und dann bin ich einfach mit diesem Doppelungslook gefahren Zusammenhalt mit diesem lilanen Boden Und ich glaube Ja, das passt auch gut, muss ich sagen Das passte wirklich gut rein Ich glaube, das war eine gute Entscheidung Also es vibet so krass für mich Man merkt auch So, bei dem, wie er mitrappt und mitsingt So Er hat schon was drauf Er hat wirklich krass was drauf So, das klingt live richtig geil Also Er könnte auch, glaube ich, echt krass live performen Seine Songs Das sind noch, ich level up Energy, energy, energy Energy, energy, energy Klingt auch Cringe Cringe Energy, energy, energy Klingt auch einfach Energy, energy, energy Was habe ich da denn? Hey, meine Güte Energy, energy, energy Energy, energy, energy Energy klingt auch einfach wirklich mega fresh So, ne Auch von Mix und Master her Klingt das einfach geil Danke Ja, wenn er das macht, klingt das fresh Wenn ich das mache, klingt das nicht so fresh Energy klingt auch einfach wirklich mega fresh So, ne Auch von Mix und Master her Klingt das einfach geil Danke Alter, mega Ja, endlich mal wieder was anderes Was geiles 4 Minuten Nicht nur 2 Minuten, alter Auch wenn das jetzt nicht unbedingt einen coolen Song ausmacht, dass er länger ist Aber ihr wisst, was ich meine Nicht nur 2 Minuten Leute, wie er hier so richtig mit den Händen so Danke, danke Wenn das jetzt nicht unbedingt einen coolen Song ausmacht, dass er länger ist Aber ihr wisst, was ich meine Nicht nur 2 Minuten oder 1,5 für Spotify Sondern 4 Minuten Geile Flow-Switches Geile Flow-Variationen Uta-Beat Lustiges Video Humor Spits Punchlines So Alles, was man gerne als Rap-Hörer hört Also ich zumindest Auch was So ein bisschen was New-School-iges drin Was Modernes drin Und so Einfach ein geiles Teil geworden Mega abwechslungsreich Ey, danke schön, Breaker-Boy Für diese netten Worte Das war absolut süß Ich würde sagen Holy Moly, Alter Ich hatte wirklich mega Schiss so Ob ich nicht irgendwas gesagt hätte Was ihm vielleicht mega abfuckt oder so Oder ob er Keine Ahnung Mich vielleicht einfach nicht leiden kann Was auch immer Ähm Krass Krass Dass er das so gefühlt hat Dass er Das so süß fand die ganze Zeit Ey, freut mich wirklich mega Also Ungelogen Ich Will hier nicht irgendwie wie der letzte Arschkriech herüberkommen Aber das freut mich wirklich mega Gerade einfach so Das Das ist wirklich gerade für mich Äh Richtig krass Muss ich ehrlich sagen Das fühle ich gerade mega Ähm Ich schwör's euch Laune, Steigerung Oh, war eine Pause bei mir gerade Wirklich Also das hat mich jetzt übertrieben gefreut So Wirklich vielen, 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 vielen Dank Äh An Taddel Erstmal für die Dafür, dass er da im Stream darauf reagiert hat Äh Dass er so positives Feedback gegeben hat Dass er sich so wirklich darüber gefreut hat Äh Einfach extrem nett und sympathisch war Ähm Und dafür, dass er das hier dann nochmal auf seinem Kanal hochlädt Ja Also wirklich vielen, vielen Dank Ich kann mich gar nicht oft genug bedanken Ähm Mega korrekt Mega korrekte Aktionen Extrem korrekter Typ Mit geiler Musik Leute Bitte lasst ein bisschen Liebe bei Taddel Bei TJ Beast Boy da Ähm Ich freu mich gerade einfach wie ein kleines Kind Ungelogen Heftig Richtig, richtig nice Ähm Ja Ich freu mich einfach auf alles weitere in der Zukunft Leute Ich hab so Bock auf diesen YouTube Kanal Ich hab Bock andere Sachen noch zu machen Ich hab Bock auf Twitch, auf Livestreaming Ich bin übertrieben motiviert Was äh Das Ganze hier angeht Und bin einfach für jeden von euch dankbar Der mich supportet Und äh Ja Der auch dazu geholfen hat Dass ich überhaupt mittlerweile In der Lage war Dass Taddel überhaupt dieses Video gefunden hat Ja Ich wurde als erstes tatsächlich angezeigt Ähm Wurde mir gesagt Bei der Reaction Also mein Video war das erste quasi im Suchergebnis Deswegen wurde ich auch als erstes geguckt von ihm quasi Und das verdanke ich euch Das verdanke ich eurem Support, Leute Ähm Oh nochmal Vielen, vielen Dank Wirklich Ich bin gerade mega happy Mega, mega happy Danke Damit hab ich alles gesagt, Leute Ich wünsch euch noch einen wunderschönen, angenehmen, entspannten Tag Bis dahin Macht's gut, haut da rein Bleibt vor allem alle gesund Und ciao So